Studium, Kontemplation und Meditation Die Praxis im Buddhas Lehre hat drei Aspekte, Studieren, Kontemplieren und Meditieren. Diese bereiten den Boden für Erkenntnis. Was wir mit Studieren übersetzen, hieß in den alten Sprachen Hören. Das Hören der Unterweisungen ist ein sorgfältiges Aufnehmen der Hinweise der Lehre, so akkurat, dass wir sie fehlerfrei reproduzieren können. Durch korrektes Hören oder Studieren entsteht eine so gute Kenntnis der Unterweisungen, dass wir zumindest nicht im Irrtum darüber sind, was uns geraten wird und was die Unterweisung ist. Der zweite Punkt ist Kontemplieren oder tiefes Nachdenken. Dies beinhaltet das Anwenden des Gehörten auf uns selbst. Wir fragen uns, was hat das mit mir zu tun, mit meiner Erfahrung, mit meinem Leben? Ich teste, soweit es geht, die Unterweisungen in der kontemplativen Anwendung an mir selbst, indem ich sie mit meinem persönlichen Erleben in Verbindung bringe. Nach dem Hören bzw. Studieren bewirkt das Kontemplieren eine weitergehende Transformation unserer Sicht des Lebens. Studieren und Kontemplieren führen bereits zu einem großen Wandel in Sicht und Verhalten, auch ohne Meditation. Beim Meditieren wenden wir das an, was wir durchs Hören und Kontemplieren verstanden haben. Studieren und Kontemplieren sind begriffliche Prozesse, die zum nichtbegrifflichen Meditieren hinführen. So führt beispielsweise das Kontemplieren der Unbeständigkeit aller Phänomene ins gelöste Sein wahrer Meditation. Auch wenn wir viele Jahre in Zurückziehung meditieren, ist es notwendig, sich in der Lehre der Erwachten zu schulen. Meditieren allein reicht nicht aus. Bevor wir Monat um Monat, Jahr um Jahr meditieren, ist es wichtig, sich durch Studium und Kontemplation vorzubereiten. Neben dem Entwickeln der Motivation geht es dabei im Wesentlichen um das Entwickeln einer Sicht, die der Wirklichkeit möglichst nahe kommt. Wir hinterfragen dabei die Aussagen der Meister über das Sein, den Geist, die Wirklichkeit und testen, ob diese Aussagen logischer Überprüfung standhalten und aus eigener Erfahrung nachvollziehbar und vernünftig sind. Dabei schauen wir immer genauer hin, bis eine klare Sicht, eine klare Vorstellung von der Wirklichkeit, wie sie ist, entsteht. Mit diesem Verständnis setzen wir uns zur Meditation. Wenn wir dem Hören und Kontemplieren nicht den gebührenden Platz einräumen, dann halten wir beim Meditieren die ganze Zeit, ohne es zu merken, eine unzureichend überprüfte Interpretation der Wirklichkeit aufrecht. So können wir beispielsweise beim Meditieren auf den Atem innerlich an der Anschauung festhalten, ich meditiere auf den Atem. Dies gilt für alles Meditieren auf sogenannte Meditationsobjekte. Unbewusst und unüberprüft gehen wir davon aus, Subjekt und Objekt seien getrennt, und diese irrige Annahme verfestigen wir beim Meditieren weiter. Ein etwas subtilerer Fehler könnte so aussehen. Jemand hat über Leerheit gehört und meditiert dann auf diese Leerheit. Er sagt sich, ich meditiere auf die Leerheit aller Phänomene, bis er überzeugt ist, die Leerheit gesehen zu haben. Doch leider hat er sich in eine irrige Annahme über die Wirklichkeit hinein manövriert, denn die Leerheit kann man nicht sehen oder über sie als Objekt meditieren. Das oft beschriebene Sehen der Leerheit ist nur das Wegfallen eines Irrtums. Ein richtiges, zur Erkenntnis führendes Verständnis können wir uns schwerlich nur durch Meditation erarbeiten. Wir brauchen dazu Austausch, Studium und tiefes Bedenken des Gehörten und Gelesenen. Die Leerheit ist nur das Wegfallen, bis zum Ende des Gehörten des Gehörtenes im Kopf vonеждуherrinnen. die Leerheit ist nur das tidak- Frei wonderlevel. Der Beide Jehöros für die Leerheit ist nur das Weg vortex. Untertitelung des ZDF, 2020